So, moin, willkommen zurück bei Minecraft. Ich will jetzt los, ich will Schafe suchen. Ich muss Schafe suchen. Schafe, zumindest erst mal ein Schaf. Oder zwei Schafe. Am besten, wenn wir zwei Schafe, ne? Degar, was meinst du? Ja, zwei reichen erst mal, nur zum Anfang, ne? Zwei Schafe. Ja, und, ähm, was brauchen wir noch? Ach, Schweine, ja, die wir später auch schlachten können. Wir haben zwar unsere schönen Hausschweine, aber die sollen ja da bleiben, ne? Die wollen wir ja nicht schlachten. So, Schweine sind auf jeden Fall da hinten noch, das weiß ich. Ja, Schweine brauchen wir nicht viel bauen. Ach, ach nee, ich muss erst mal was bauen, Mensch. Ich bin ja auch so ein Pfosten. Ein Gehege, meinst du? Ja. Das wäre zu Vorteil, natürlich, ne? Hier so erst mal, oder? Da hinten haben wir unsere Acker. So, ähm, machen wir das denn am besten. Ups, Alter. Muss ja erst mal nicht so riesig sein. Wohl, oh, ein bisschen kurz. Wollte ich eben nämlich schon losflitzen, aber ich muss ja erst mal ein Gehege haben, weil hier so ein... Ja, wo die reinkommen. Die Monster-Tiere. Ja, wir wollten eigentlich ja schon längst eigentlich von der Haustür noch einen Zaun raumbauen, ne? Dass wir unser Gehege erstmal so ein bisschen generell mal Zombie-frei halten können, natürlich, ne? Ja, 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 stimmt ja. Irgendwie sind wir bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Irgendwie, nö. Das ist auch nicht, wie groß wir es eigentlich abstecken wollten, natürlich, ne? Das ist eben... Ich muss grad mal gucken hier. Machen wir das Tor auf der linken Seite erstmal. So, da kommt das Türchen rein. Ach, ich bin ja sowas von vorbereitet. Ich hab ja noch nicht mal ein Tor. Ah, ist natürlich ganz schön doof, natürlich, ne? Das ist Vorbereitung. Ja, vorbereitung ist alles fast. So, Balkon ist auch schon weit fertig, weil es so weit fertig ist, ein bisschen angebaut. Links und rechts hier die kleinen Fenster, habe ich auch schon mal wieder ein paar Fensterläden angebracht, also fallen. Fallentüren, Dingsbums da. Es wird, es wird, es wird langsam, das Haus wird immer schöner. So, Falltüren. Nicht Falltüren, äh, Tore. Und, war nicht so, ja, nicht sogar noch irgendwo was hier. Ich hatte doch irgendwo eins noch. Bin ich grad blind, oder? Hier ist nix. Nee, ich glaub, das letzte hab ich über die Schweine hingemacht. Ich glaub, das war so. Glock, gluck, gluck, gluck. Ja. So, beeilen, bevor das wieder dunkel wird. Wird man nicht bald schon wieder dunkel. Und wieder Probleme, Probleme gibt beim Bauen, ne? Wann abgeschossen, wirst du von irgendwelchen Zombies oder so. Nee, ich war grad gepordet, das ist ein bisschen schlimmer. Wann ist gepordet? Ja. Der, 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 der ist so schnell gelaufen, der portet ist ja immer. So, gucken wir mal. Schweine, Schafe. Ziel. Das ist das Ziel. Oder die Aufgabe. Oder der Auftrag. Hm. Also Schweine sind in die Richtung, jetzt wo ich hinlaufe, auf jeden Fall. Ich seh sie auch schon. Schafe, aber nicht schlecht. Irgendwo lief hier mal ein schwarzes Schaf. Ich guck doch mal erstmal ein bisschen. Wo sind nämlich die Schweine da mit? Drei Stück auf dem Haufen, aber ein Schaf muss hier auch eigentlich irgendwo noch rumlaufen. Da ist ne Kuh. Haben wir ja schon. Einer Kuh macht Mo. Fliegenpilz, ganz wichtig. Deinen ganzen Fliegenpilz. Nee, jetzt auf anheben nicht kein Schaf. Ich nehm erstmal hier die Schweine mit. Sicher? Ja. Ja. So, da eins und hier zwei. Macht zusammen drei. Und da ist noch eins, macht vier. Ja, reicht. Komm mit. Komm. Na, darf man nicht so schnell laufen. Na los, komm, willst du nicht, oder was? Keine Zeit, wird gleich dunkel. So, da vorne sind sie noch zwei, gleich habe ich sechs Stück. Geht's aber jetzt schon bald los wie wieder mit der Massenhaltung. Mh, da müssen wir aufpassen, ja. Wir folgen gerade sechs Stück. Ja, da müssen wir so ein bisschen mehr Platz geben, die Tiere, ne. Geben da Tiere ein schönes Zuhause. Ja, die leben ja nicht lange. Das sind ja keine Hausschweine jetzt. Das sind Schachttiere. Also, das sind so Schnitzel, ja. Der Mensch hat auch ruhig, dass es nur Schnitzel wird. Schön, Schnitzel. So, nicht absaufen da, los, komm mit. Gleich dunkel. Oh, das wird sowas von knapp. Gleich sind wir da. Spannung. Gleich spawnen Creeper. Boom. Alle Schweine tot. So, nun komm, wir müssen noch durch die Bergenbäume durch und dann sind wir gleich da. So, ich kann jetzt aber nicht wechseln, sonst sind sie weg. So, Schweine, komm mal alle rein hier. Dann machen wir eine schöne Bolognese hier und dann... So, umhelfen. Noch geht's. Oh, oh, oh. Dann ist gut. Schweine, komm doch rein. Komm rein. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, sehr schön, jetzt gehe ich wieder raus und dann Zombies wird gefangen. Upsala. So, das könnt ihr nochmal ein bisschen... Na, ihr wisst schon machen. So, jetzt haben wir auch kleine Ferkel wieder. Das ist schön. So, Zombie. Ja, das hast du jetzt davon, ne? Das hast du jetzt davon. Wird mal schön bei den Schweinen, ne? Sehr schön, sehr schön. Ja, ist jetzt dunkel. Ist jetzt dunkel. Ich werde die Folge ein bisschen kürzer sein, ich werde die Folge schon beenden. Oder soll ich nochmal mit dem Ding vorbeikommen? Äh, vorbeikommen. Ne, der wird den in Ruhe arbeiten lassen. Den arbeiten lassen. Der muss in Ruhe arbeiten. Und den kann ich nicht stören. Ich will noch ein bisschen zugucken hier, was die Schweine mit dem Zombie so anstellen. Man weiß es ja nicht, was so passiert. Deswegen, äh, aus Jugendschutzgründen, äh, werde ich den abschalten hier. Ja. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.